Warum Minecraft und diese Map so wichtig ist für die Welt und warum wir Gesichter sehen werden, die ihr Leben verloren haben, nur für ein Like im Internet, das und viele weitere Fragen werden wir gleich klären bei dem heutigen Video. Willkommen zu The Uncensored Library. Was ist das eigentlich und warum ist diese Map so wichtig und warum ist Minecraft so wichtig? Diese Fragen und viele, viele mehr werden wir heute beantworten, denn wir gehen heute in die unzensierte Bibliothek. Wir können uns natürlich teleportieren, aber ich würde gerne dahin laufen und ein wenig erklären, was es mit dieser Map auf sich hat. Es ist wirklich nicht das unterhaltsamste Thema, ich gebe es ganz ehrlich zu, aber es ist einer der wichtigsten auf diesem Planeten. Diese Bibliothek wurde geschaffen von Reportern ohne Grenzen. Was ist Reporter ohne Grenzen? Wir alle haben eine freie Meinung, wir alle dürfen unsere Meinung äußern, haben Ansichten, aber das ist nicht überall so auf der Erde. Und viele, viele grausame Dinge werden geheim gehalten, sie werden versteckt, sie werden nicht öffentlich gemacht und dafür gibt es Reporter ohne Grenzen. Also wollen die uns Dinge zeigen, die wir nicht sehen sollen. Genau so ist es und das unter Gefahr ihres Lebens. Jedes Jahr sterben Reporter beim Aufdecken von Geschichten, werden, ja so traurig es klingt, werden dafür, dass sie die Wahrheit wissen wollen, ihr Leben verlieren und deswegen hat man diese Map geschaffen. Alter, allein diese Hand mit dem Füller, ne, es ist so krass gebaut einfach. Diese Map ist dafür gedacht, dass in den Ländern, in denen es eben keine freie Meinung gibt, keine freien Reporter, in denen Regierungen und einzelne Menschen alles vorgeben, auch Informationen geteilt werden, die man nicht wissen soll, denn Minecraft ist eigentlich nirgendswo verboten. Und warum wird Minecraft dann nicht verboten in den Ländern? Ja, das ist eine gute Frage. Einzig und alleine aus dem Grund wahrscheinlich, weil man Minecraft noch nicht so genutzt hat. Ich denke, in Zukunft wird Minecraft in diesen Ländern auch verboten werden, allein wegen dieser Map. Und Reporter ohne Grenzen warnt auch davor, diese Map sinnfrei zu benutzen. Es ist gefährlich, in diesen Ländern diese Minecraft-Map zu spielen, zu veröffentlichen und darzulegen. Also kein Scherz, es kann gefährlich sein, wenn man in verschiedenen Ländern lebt und diese Minecraft-Map spielt. Ja, es ist wirklich so. Und wir sind momentan mit 10 Chunks Sichtweite unterwegs und wir drehen das Ganze mal ein bisschen auf. Ich habe jetzt das Ganze mal auf 64 Chunks gemacht und wir werden natürlich jetzt ein wenig das Ruckeln erleben, Aber wir müssen die Map mal in der Gänze sehen. Und wenn wir hochfliegen, dann sehen wir schon, dieses Gebäude ist einfach phänomenal. Es ist wirklich phänomenal. Und darin werden in Minecraft-Büchern Geschichten niedergeschrieben, die keiner wissen soll. Jede Woche wird diese Map geupdatet. Der Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen schon, wie verrückt das ist, was man hier gebaut hat. Also das ist einfach abnormal riesig. Es ist unnormal schön gemacht. Es ist alles von Hand gebaut. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon so ein bisschen ehrfürchtig, in diese Bibliothek zu gehen. Wir laufen mal in Richtung der Bibliothek wieder mit 12 Chunks jetzt. Und wir müssen ehrlich sagen, das gesprochene Wort, die freie Meinung, ist etwas, wofür sehr, sehr viele hunderte Jahre gekämpft wurde. Und nur die es euch wegnehmen wollen, denen ihr vollkommen egal seid. Und deswegen ist das so unheimlich wichtig, dass ihr jedem, jedem, auch nur jedem, eure Meinung nicht aufzwingt und seine eigene Meinung lasst. Denn wenn du keine freie Meinung mehr hast, dann gibt es andere, die über dich bestimmen. Egal ob Leben, Tod, Arbeit, Kinder, Freizeit. Und genau das darf eben nicht passieren. Und deswegen sind Reporter ohne Grenzen sehr mutige, sehr wichtige Menschen auf diesem Planeten. Und diese Map auch. Es ist der Wahnsinn, wie riesig diese, dieses... Es ist verrückt. Lars, kannst du mal ein Tutorial dazu machen? Ja, klar. Okay, wir gehen mal rein. Nein, ich bin heute mit Absicht so ein bisschen ernster, weil es ist ein sehr ernstes Thema. Und Respekt an das Bautim. Respekt an das Bautim. Was man alles an Blöcke verwendet hat und wie gut die ineinander passen. Verrückt. Ihr seht schon, wir haben die Map auf zwölf Chunks, ne? Hier wird nichts mehr geladen. Ich muss die Chunks mal updaten. Ach, du Heilige. Das sind 30 Chunks Sichtweite. So zur Info. Die Bibliothek ist aus zwölf Komma fünf Millionen Blöcken gebaut. Damit ihr eine Vorstellung habt. Da hinten ist die Hand, die sehen wir. Und so groß ist auch der Innenraum. Ach, was zum Kuckuck. Okay. Also erstmal richtig krass, dass der Boden aus Glas ist. Und hier unten steht, die Uncensored Library. Hashtag Truth Finds The Way. Okay, also die Wahrheit findet einen Weg. Und hier nochmal die unzensierte Bibliothek. Das ist richtig krass, wie man das hier gemacht hat. Okay, das ist mega krass. Ich bin wirklich alter Finne. Da oben haben wir alle Nationalitäten. Also ganz viele Flaggen haben wir da oben. Ganz viele Länder. Hier auf der Seite auch noch. Da müssen wir mal gucken, ob wir auch Deutschland finden und andere Bekannte. Das hier sieht zum Beispiel aus wie Uruguay, wenn ich mich nicht täusche. Das wie Kamerun. Ist das Kamerun? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die gar nicht alle. Aber hier ist ein Buch. Gucken wir mal rein. Willkommen in der unzensierten Bibliothek. Von den Reportern ohne Grenzen. Oder Reporters without Borders. In vielen Ländern, die das Internet kontrollieren, bei aggressiven Regimes oder bei Repressalien. Die Medien sind da zensiert und die Websites sind blockiert. Aber Minecraft ist immer noch verfügbar. Wir benutzen dieses Loophole im Prinzip, dieses Schlupfloch, um im Internet Zensur zu umgehen und andere Menschen zu informieren. Das, was ich alles schon erzählt habe. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Das ist verrückt, was hier gebaut wurde. Es ist wirklich... Also ich habe echt ein bisschen Gänsehaut. Weil diese Map ist phänomenal gebaut. Ja, sie ist unfassbar gut gebaut. Und gleichzeitig hat sie so einen wichtigen Wert für die ganze Welt. Also bitte, es ist der Wahnsinn. Wir haben hier die Uncensored Library. Und Teleport. Wir können uns teleportieren. Momentan sind die Länder Russland, wo die Medien streng kontrolliert werden. Vietnam da auch. Saudi-Arabien. Dann haben wir da Reporter ohne Grenzen. Mexiko, Ägypten. Und wir stehen hier. Ja, wir können uns natürlich dahin teleportieren. Aber ich würde gerne laufen. Ich würde wirklich gerne laufen. Ich möchte die Map mitnehmen. Die Map ist in jedem Block und jedes Dasein einfach unheimlich wichtig. Und was mich sehr interessiert, ist zum Beispiel die linke Seite geradeaus. Aber eigentlich alle Seiten. Wir gehen mal gucken. Boah, diese Riesenbücher. Das ist so cool gebaut. Das ist so cool gebaut. Kann sein, dass es ein bisschen ruckelt. Also nicht wundern. Hier, guck mal. Das Spiegelbild verschwindet sogar. So groß ist das. Okay. Ach, du Heiliger. Guck mal. Da seht ihr das Lightning. Das ist der Kreis der 30 Chunks mit dem Lightning. Wir wissen ja, irgendwann wird die Map einfach dunkel oder weiß. Und ihr seht genau, wo das ist. Das ist verrückt. So riesig ist die Map. Guck mal, ich sprinte. Wir sehen gar nicht, dass wir uns bewegen. Ich wette, ihr findet hier Länder, von denen ihr noch nie was gehört habt. Also der World Press Freedom Index, das zeigt an, wie frei die Medien sind. Weil der Freiheitsindex, ein Index, sehr mein Wert. Und in Norwegen sind die Medien wohl am freisten. Offensichtlich. Das Ganze sieht aber anders aus, wenn wir zum Beispiel in Nordkorea gucken. In Turkmenistan, in Eritrea, in China, in Vietnam, im Sudan, in Syrien. Da sind die Medien absolut nicht frei. Jetzt wäre es natürlich schön zu wissen, wo der Index liegt. Also wenn wir jetzt sagen, so, weiß ich nicht, auf Seite 7 ist etwa der Index 0. Da sind die gleichermaßen frei und nicht frei oder so. Aber kennt ihr das Land The Law People's Democratic Republic? Äh, was? Nein, kenne ich nicht. Also ich kenne den Jemen, ich kenne Bahrain, Aserbaidschan, Äquatorial, Guinea kenne ich auch. Ja, aber The Law People's Democratic Republic kenne ich nicht. Oder wo ist ein Djibouti? Das klingt wie Pokémon. Los, Djibouti! Ja, also, ihr seht hier im Kongo, in Ruanda, Irak, Türkei, Kasachstan, Usbekistan, Tatschikistan, Bangladesch, Singapur. Das sind alles Länder. Guck mal, Russland ist auf 149 und hat hier schon eine Ecke. Mexiko 144 hat hier schon eine Ecke. Ja, also ihr seht, wie viele Länder es eigentlich gibt. Wenn wir allein schon sagen, Mexiko ist das erste Land, wo es wirklich voll kontrolliert ist, dann haben wir immer noch einen Haufen Länder, wo die Medien absolut kontrolliert werden, ne? Und das ist echt schon krass zu sehen. Okay, wir biegen mal ab, ne? Wir schauen uns, oh ne, warte, wir haben doch hier oben noch, oh, ach du heilige, so viele Länderflaggen. So viele Länderflaggen. Kennen die Länder alle gar nicht. Ah! Guck mal, hier ist Italien, ne? Italia! Was haben wir denn noch hier? Guck mal, das ist Japan zum Beispiel. Guck mal, da sind so, da sind immer so, sind das alle Länder, wo die Medien frei sind? Weil die haben alle so grüne Blöcke davor. Hm, ich weiß nicht. Ach, hier unten ist ja auch noch eine Reihe. Ja, gut. Äh, gehen wir mal hier rein. Es ist einfach so groß, Mann! Ich glaube, Saudi-Arabien, ne? Wir gucken mal in Russland. Was sagt denn das Buch Russlands? Ich habe mir das Buch durchgelesen, damit ihr eine Vorstellung habt, das ist auf Platz 149 von 180. Das heißt, noch lange nicht letzter. Und in Russland ist es sogar so, dass selbst ein Like, wenn du etwas likest, an der falschen Stelle, dass du dafür im Knast landest. Und Russland ist sogar so weit, dass sie sagen, wir können auf Kommando das Internet von der Welt trennen. Du wirst komplett mit all deinen Daten aufgenommen, wenn du in Russland leben willst, Internet haben willst. Und man weiß sofort, wer, wann, was anklickt, was postet. Und Länder, beziehungsweise, äh, Websites sind gebannt. Also sind wirklich geblockt. Die kannst du nicht benutzen. Ob du willst oder nicht. Dann kannst du allerhöchstens das Ganze mit, äh, VPN und irgendwie umgehen. Aber, ganz ehrlich, wenn die sogar das Internet per Knopfdruck von der Welt kappen können, hast du auch da keine Chance mehr. Ja, dann wissen die jeden Ein- und Ausgang. Das ist so cool gebaut hier, ne? Hier habt ihr dann verschiedene Geschichten. Zum Beispiel das russische Internet, ne? Und deren Unterdrückung von Juri. Das sind dann Artikel, die sind im Internet nicht mehr, also im russischen Internet sind die nicht mehr zu finden. Und diese Menschen sind teilweise leider auch schon auf mysteriösen Umständen verstorben. Oder, oder, oder. Äh, es ist echt krass. Also man kann sich das nicht vorstellen. Aus unserer Sicht und unserem Land kann man sich das nicht vorstellen. Da likest du einfach mal was und landest im Knast. Wie verrückt ist das denn? Aber interessant, wie themenbasiert das gemacht ist, ne? Hier sind wir jetzt in Vietnam. Und hier ist voll das Labyrinth in Vietnam. Ist ja auch sehr spannend. Wir gucken mal, was hier steht. Alter, die Vietnamesen sind ja noch verrückter als die Russen. Dieses Labyrinth steht dafür, wie schwierig es Vietnam versucht, an freie Information ranzukommen. Also die versuchen es dir so schwer wie möglich zu machen. Und es ist sogar so, dass das Militär, das Militär, ja, die Einheit, die dafür da ist, Krieg zu führen, eine 10.000-Mann-starke Einheit hat, die wirklich mit militärischer Bewaffnung durchs Landpesen und Blogger, Instagramer, Twitter, Likes, Post, egal was du schreibst, was im Regime nicht passt, sofort einzusammeln und schon mal provisorisch vier Jahre in den Knast zu stecken. What? Unvorstellbar für uns. Unvorstellbar. Und dann wählt man die AfD. Ja, ich hab ne Meinung, ich darf die auch haben. Ich werd diese Geschichten jetzt mal offen lassen, weil das würde den Rahmen springen, glaub ich. Die könnt ihr selber lesen, wenn ihr euch die Map angucken wollt. Aber es ist der Wahnsinn. Saudi-Arabien. Ein riesen Obsidian-Käfig. Okay, da kann sich, glaub ich, jeder schon was denken. Ich bin gespannt, was in diesem Buch steht. Saudi-Arabien, Platz 172 von 180. Also nicht ganz so schlecht wie Vietnam, aber nicht besser. Der Cage steht dafür, dass in keinem anderen Land so viele Journalisten im Gefängnis sitzen, gejagt werden oder getötet werden wie in Saudi-Arabien. Echt, echt, es ist so unvorstellbar. Es ist so grausam eigentlich. Und ich denke, jedem ist der Fall Khashoggi bekannt. Der Journalist, der sich selber ins Exil begeben hat, also in die USA. Und dann in dem Saudi-Arabischen Botschaft gegangen ist, aber da ermordet wurde. Ja, er wurde in der Botschaft in der USA ermordet. Weil er eine Meinung hatte, die nicht dem Regime oder den Regierenden oder den Taktgebenden oder wie auch immer man es nennen will, den mächtigen Personen gefallen hat. Ganz verrückt finde ich, seit dem Machtwechsel 2017 Saudi-Arabien hat sich die Geschwindigkeit, mit der Journalisten gejagt werden, verdreifacht. Und es ist sogar so, dass Belohnungen drauf ausgesetzt sind. Und in Social Medias und Co. sich einfach die Bürger untereinander zu Tode hetzen. Weil man hätte ja gerne die Belohnung. Ob das stimmt oder nicht, das ist Wahnsinn. Also man hetzt das Volk mit Hilfe von Belohnungen sich gegenseitig auf. Ey, das ist verrückt. Das ist so verrückt. Alter, ich kann... Nee. Einfach nein. Im Übrigen wäre das für mich ein Grund, diese Länder niemals zu besuchen. Ich würde niemals Urlaub da machen. Egal, wie viel Geld ich habe. Egal, was für ein Hotel-Resort das ist. Egal, egal, egal. Ich würde niemals so ein Land unterstützen, dadurch, dass ich da Urlaub mache. Okay, ich glaube, hier sind wir noch nicht fertig, ne? Ich glaube, das kommt noch. Ach nee, das ist der Reporter ohne Grenzenraum, ne? Keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Absolut wahr. Und eine kleine Info am Rande. Das ist auch der Sinn von der GEZ. Viele beschweren sich, viele wollen das nicht bezahlen. Aber letzten Endes ist die GEZ das einzige Medium, das nicht abhängig ist von Werbeeinnahmen und sich nicht triggern lässt von dem, der am meisten zahlt. Also hat die GEZ schon einen Sinn. Wir wollen aber mal weitergucken. Ich komme auf Saudi-Arabien nicht klar. Ich meine, dass das ein sehr harsches Land ist und so, war schon immer klar, ist schon bekannt. Also zumindest hier, ne? Weil wir kriegen ja Infos. Aber so krass hätte ich echt nicht erwartet. So, der nächste Gang. Mexiko und Ägypten, glaube ich. Wir gucken mal gerade hier. Das sieht doch nach Ägypten aus. Die Waage. Ja, Ägypten ist auf Platz 163 von 180. Diese Waage symbolisiert im Prinzip, wie unfair die Meinung in diesem Land ist. Und es ist auch total krass im Vergleich zu Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien wird einfach alles eingesperrt durch Selbstkontrolle. Und in Ägypten ist es so, dass man einfach gar kein Gerichtsverfahren und nichts bekommt. Also es gibt da nicht mal Rechte, mit denen du sagen kannst, ja, ich hab doch nur geliked auf Instagram, weil... Sondern du machst den falschen Post und du sitzt den Rest seines Lebens im Knast. Es gibt Menschen, die haben mit fünf irgendwas geliked und sind im Knast gelandet und sitzen da heute noch. Es ist... Alter! Es ist ein Kind, was irgendwo auf dem Tablet gedrückt hat. Unfassbar. Und... Alter. Gut, ich hab noch nie in Ägypten Urlaub gemacht. Werde ich wohl auch nicht. Alter, komm ich nicht drauf klar. Mexiko. Mexiko ist auf 144 von 180. Das ist doch schon mal bei weitem besser. Es ist aber nicht besser, dass es anfängt mit, äh, die unzensierte Bibliothek, eher zwölf getötete mexikanische Journalisten. Okay. In Mexiko ist es sogar tödlicher für Journalisten oder gefährlicher, sein Leben zu verlieren für Journalisten, als in Syrien, wo der Krieg herrscht. What? Alter, kannst du einem doch nicht erzählen. Alter, in Mexiko... Ja. Die zwölf Gesichter, ne? Alter, da kriegst du Gänsehaut. Menschen, die nur die Wahrheit wissen wollten. Und im Buch steht, dass man in Mexiko sogar wirklich zum Abschuss freigegeben wird. Also, dass es wirklich vorkommt, dass die Regierung Menschen zum Abschuss freigibt. Die kannst du einfach ganz bedenkenlos auf der Straße abknallen und dich damit auch so ein bisschen als regierungsnah behaupten. Und es würde keinen Menschen interessieren. Alter, wie krass ist das denn bitte? Guck mal, die sieht noch voll jung aus. Und einfach Miroslav. Einfach Javier Valdes, äh, Cardenas. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber von ihm sind ein paar Geschichten in der Mitte. Er hat auch, äh, ein unabhängiges, freies Medienzentrum gegründet. Wurde deswegen natürlich nicht, äh, lang alt. So, aber Norma Garabia Zadusa. Diese Menschen sehen alle nicht alt aus, weißt du? Das sind alles Menschen, Francisco Romero Diaz. Die haben ja vielleicht auch Kinder. Die haben vielleicht, weiß ich nicht, Frau, keine Ahnung. Alter, guck mal, er könnte auch locker mal so ein Student Mitte 20 sein. Oma Ivan Camacho Mascareno. Keine Ahnung. Alter, es ist... Jesus Eugenio Ramos Rodríguez. Also ich bin... Echt... Wow. Ich meine, dass es sowas gibt, das sollte jedem bekannt sein. Jungen Menschen weniger als älteren Menschen, das ist klar. Weil manchen Dingen begegnet man erst im Laufe seines Lebens. Aber... Wow. Wow. Alter, gib dir das mal. Du wirst wegen deiner Meinung zum Abschuss freigegeben. Dein Leben ist weniger wert als irgendeine Meinung. Ich setze mich jetzt ganz klein, wie ich bin. Setze ich mich hier vorne auf die Treppe. Und... Lass das Ganze einfach mal ein bisschen sacken. Wenn du dir das Video bis hierhin angeschaut hast, dann möchte ich erst mal vielen lieben Dank sagen. Denn... Es ist kein sehr unterhaltsames Video. Es ist ein Video, was auch irgendwo grausam ist. Was vielleicht nicht... Für jeden so zugänglich ist, aber... Worüber sich jeder am Klaren sein sollte. Und deswegen sollten wir auch... Und sollten wir auch unsere Meinung über unser Land vielleicht und über unsere Meinungsfreiheit nochmal überdenken. Und nochmal erkennen, wie viele Freiheiten wir eigentlich haben. Und wie wichtig ist es, dass wir das haben. Und dass wir vielleicht nicht aus Frust, oder weil es uns im Leben vielleicht mal eben nicht so gut geht, oder weil wir vielleicht eine schwere Phase haben, oder weil wir Schuldige suchen, und selber in diese Situation bringen, indem wir diverse Parteien wählen, indem wir diversen Menschen folgen, indem wir diverse Dinge unternehmen, vielleicht abrutschen, oder... Nehmt euch eine Sekunde Zeit. Überlegt euch, wie viele Freiheiten wir haben im Vergleich zu anderen Ländern. Überlegt euch, wie viele Möglichkeiten wir haben. Und letzten Endes liegt alles an dir. Es ist nicht der Staat schuld. Es ist nicht der Nachbarschuld. Oder deine fiese Kindheit. Alles sind Dinge, die dich prägen, die dich formen. Aber aus allem kannst du rauskommen, aus allem kannst du wegkommen, wenn du willst. Und dafür musst du machen. Es hilft dir nichts, dich über Hartz IV zu beschweren, über Jobs, Miete oder Sonstiges. Mach was aus deinem Leben. Und such die Schuld nicht bei anderen. Mit diesem Fazit möchte ich diese Map verlassen. Und ich werde mir die Map wöchentlich runterladen und werde mir die Artikel durchlesen. Ob ihr das macht, weiß ich nicht. Es ist euch überlassen, aber ich bin raus. Und muss ehrlich sagen, ich werde jetzt erstmal mit Gänsehaut und einem Kaffee mich mal auf die Terrasse setzen. Und vielleicht einfach mal 5 Minuten schwelgen. Ciao. Mit V. Zugang. .